So, wir kommen zu einem kleinen, was ist das, Weihnachtsspecial? Ja, kann man sagen. So was wie ein Weihnachtsspecial, ja. Wir wollten euch einfach mal allen frohe Weihnachten wünschen und uns bedanken für die ganzen tollen Abonnenten. Wie viel haben wir momentan? 83, 84, 85, 84 Milliarden. Und ich hoffe, es geht so weiter. Perik. Ja, auf jeden Fall. Also einfach nochmal ein ganz großes Dankeschön an das ganze Feedback, die, ja, die Kommentare, die ihr hinterlasst, sind immer sehr nett. Und, ja, wir freuen uns natürlich, dass euch unsere Videos Spaß bereiten. Und hoffe, das bleibt auch so. Genau. Und dann hoffe wir, ihr kriegt alle ganz dicke Geschenke vom Weihnachtsmann. Und die reißen euch alle aus dem Sockel. Vielleicht machen wir ja einfach mal ein Weihnachtsspecial zu LOL, wo wir einfach alle mit einem Skin rumlaufen. Für 5000 Euro. Ja. Oder auch nicht. Vielleicht kriege ich ja ein Weihnachtsskin zu Weihnachten geschickt. Wer weiß. Das wäre auf jeden Fall schön. Ja gut, das war es eigentlich schon. Wollt ihr uns nur ein bisschen bedanken und euch frohe Weihnachten wünschen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschüssi. 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 Vielen Dank.